Willkommen bei Playroom. Heute wieder mal dabei feuchtes Klopapier, Robert und Pussycat Roll. Hallo. Hat er meine, jetzt hat er meine Snipe-Pantasie. Ne, ich hab keine. Piss dich. Piss dich. Ey, Robert, wenn du schießt, ey. Ohne Scheiß, ey. Du musst erst mal feststellen, ob ich überhaupt Traitor bin, ey. Ach, was war denn das, Alter? Du Kunde. Was? Ja, Dennis hätte auf mich geschossen. Und da ist natürlich umgelegt. Aber er war kein Trader. Wieso schießt du denn auf mich? Aber nicht voll nölen, Junge. Kunde. Ah, kommt ruhig raus. Kann man in dem Spiel auch irgendwie rennen? Ne, gell? Ne, das geht nicht. Ich drück immer Shift irgendwie. Wir wirft'n hier Bomben runter. Wieso wirft'n hier Bomben runter? Robert. Ja, Kago. Was? Ja, das ist so. nämlich auf dich geschossen das war Karo Da kann ich nicht mehr immer sagen Mal sehen, wenn du das zu kippst, kippst du es nicht mehr schmied Wenn du das zu kippst, ist es voll crazy eigentlich Naja, über die map gehen Alck Bei vögelischen sowieso der Ertote sind immer der Oh, oh, oh. Aaaaaah! Wer war jetzt später Caro? Ja. Dummes Sau, Alter! Genau, was knallzt du mich ab, Junge? Ja, aber du nicht im Witz. Nein, weil du mich auf mich geschossen hast! Ich hab mich auf dich geschossen! Das war Caro! Na klar, Caro! Bist du bescheuert? Das war wirklich Caro! Ja, die hat oben auf mich geschossen. Und dann hab ich auf Caro geschossen, bloß daneben geschossen. Ich hab Nico-Beweis, Alter! Du tust dich fast so da unten und ich dachte wieder so, na jetzt oder die nicht. Warum schießt du auf mich? Cool, Junge. Leck mich am Arsch, ey. Alle zum Kotzen, ey. Später, ey. Ja, toll, ich packe hier voll best. Ich komm hier voll nicht weg. Wo denn? Damit ich dich abballern kann, Junge. Bissens zur Waffe hatte ich. Bissens ich, Alter. Ich verprich dich, Alter. Nur Caro ist auch schuld, Junge. Alter. Was? 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 Was ist's? Was ist das? Oh, aus der Da ist er einfach Verklappt oder so? Ah! Irgendjemand hat mich geschossen! Ein kleiner Wechser da hinten Wer denn? Wer denn? Ey! Biss nicht auf mich! Hallo! Das ist echt schon witzig! Oh! Hatte die meisten! Oh ja! Star Wars Höhle! Übelst geil! Aber! Das ist eine Rotzfühle! Wo bin ich denn? Ich hab es ja übelst Was ist die? Was ist die? Ich höre schon da! Irgendeiner ist tot! Irgendeiner ist tot! Er ist tot! Karo ist tot, oder? Da hinten ist Feuer! Er ist tot! 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 Die explodieren hier die ganze Zeit, was ist denn das? Eigentlich sieht es voll witzig aus Oh, da Wolf kommt Der blöde Hand ist immer noch Er hat ihn gesichtet Alter, die Tore Einen Camper macht er halt Das stimmt Geh mal raus Alter, Robot Feist Oh, meine Leinchen Ey, ey Mach mal ne andere Neb, Robot Ja, mein Leinchen Ich 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 Ich